Gibt es eine Mindestentfernung vom Spawn aus? Nö, aber wo ist das? Stimmt nicht für einen Skin. Wäre ich? Ich habe einen Wikinger-Skin. Alles klar. Ein Nordmann-Skin. Wir wollten uns ja in einen Berg einbauen. Es gibt keinen Optifine, verdammt. Doch, Optifine ist mit drauf. Hä? Welche Taste ist Optifine dann? Oh, da. Ich glaube, ich habe es mit auf dem Server gezogen. Weil bei mir ist es auf jeden Fall in drinnen. Da habe ich selbst hinzugefügt. Optifine ist, glaube ich, startgemäß nicht drin. Guck mal unter Mod Options. Da kannst du doch alle Mods einsehen. Äh, oh. Nee. Optifine ist nicht drin, startgemäß. Oh, wow. Ich habe es auch nicht drin. Hä? Das könnte diese eine fehlende Regalskülle sein. Aber, aber... Auf dem Server drauf ist. Aber Zoom kann ich halt. Mit welcher Taste? Ähm, ich mit Backslash. Ich habe mir das immer so eingestellt. Äh, jetzt mal kurz gucken. Zoom, 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 Zoom. Ja, ist von Miskelanus. Der Zoom. Ja. Von was ist der? Miskelanus. Das... Nee, da habe ich keinen Zoom. Ich habe da Zoom drin. Das steht... Ja. Bei Options musst du gucken, wo Miskelanus steht. Und dann ist es die letzte Option. Das ist Target Perspective. Warte, äh, Options, Controls, MMMM, Miskelanus. Und das ist bei mir Zoom. Okay. Ich will mich da einfach in den Berg einbauen, weil ich werde kein Haus bauen. Äh, wo und welchen Berg? Äh, in die Richtung da... Richtung, äh, Richtung, was ist das? Süden. Äh, Richtung Süden, Westen, Süden. Ach, da rüber. Ja. Ich muss erst mal einen passenden Platz für uns finden. Äh, dü, 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 psst. In der Sprache anfangen zu questen. Oh Gott, ich hoffe, Darko ist mit der Auswahl dann zufrieden. Und ansonsten warte, bis er da ist. Na ja, was mach ich dann jetzt die ganze Zeit? Nochmal offline gehen. Oh. Ich guck grad hier ein bisschen rum, wo man sich niederlassen könnte. Oh nee, ein bisschen was zu snacken fahren. Ja, das ist er ja schon. Ja, komm Darko. Zack, online. Ich hab vor der Wecke ranzt, der will nicht mehr mit dir zusammenbauen. Nee. Hast du schon alles, Crusher? Nee, ich suche immer noch ein Grundstück, wo wir uns niederlassen können. Oh je, das kann ja hunderte dauern. Ja. Dann hol mich bitte. Ich bin noch in der Nähe vom Spawn. Oder ich bin mir so lange am Spawn ein bisschen ausgefunden. Also ich seh dich auf der Map. Ich join noch. Das dauert. Und du bist da gelastet. Ja, ich was auch. Ja, das bin ich. Ich hab meine Arbeit und das sehe noch hier. Ja. Weißt du? Ja. Müssen wir warten, bis wieder Stirlgeräusche kommen. Damit wir es dir sagen können. Warum will ich mich hier niederlassen? Hätte ich halt erstmal keine Essensgruppe. Ach danke jetzt, so ich seh schon Alk auf der Map. Jo, ich bin nicht mal weit entfernt von dir. Ja, mich wirst du nicht sehen können, ich bin ein bisschen schon gereist. Hast du den Spawn-Tuck noch mal? Nein, das ist, sag nichts, das ist der Standard-Spawn, sag nichts Darko. Das ist der Standard-Spawn von der Weltgenerierung halt. Muss ich das jetzt ernsthaft alles raus-cutten Darko? Ich hab halt einen neuen Skin und... Ja und, ich darf doch lachen, weil's mich erschrocken hat. Ja, deswegen lacht man auch. So, also CO2, du bist Richtung Süden gegangen, hast du gesagt. Ja. Darko, da gehen wir Richtung... Ihr könnt auch Richtung Süden gehen, ich bin ein bisschen weiter nach Süden gelaufen. Gehen wir Richtung Westen, Darko. So. Boah. Müssen ja nicht alle aufeinander hocken. Ist ja nicht ein schönerer Weg, oder? Schade. Autsch. Wie weit ist eigentlich Spawn-Protection? Äh, die ist aus. Nee. Ich konnte da eben am Spawn nichts abbauen. Ey, ich konnt's auch mal am Spawn abbauen. Siehste. Ich bin jetzt ein Splatter. Ja gut, ich wollte diese Fahnenplätze abbauen. Ja, lassen wir uns hier gleich nieder, oder? Können wir uns einen Berg einbauen. Und hier unten können wir die Felder anrichten. Einrichten, aufbauen, wie auch immer. Denk dran, ein Team zu machen, bevor ihr anfangt mit den Quests. Ja, ja. Ja. Mal gucken. Positive Kritik bitte nicht. Hier nicht? Ungern. Also, wenn's dir Ultra Mega gefällt, dann meinetwegen ja, aber von mir aus... Du, mir ist das Lade. Wir sind immerhin ein Team, denk dran. Also, Berg hatten wir ja schon geklärt, ja. Aber ich hätte gerne schon eine etwas größere Ebene, damit man nicht die ganze Zeit hier rauskrankt. Hier dahinter? Da haben wir sogar Wasser dahinten. Ja, zum Beispiel. Und dann hier drinnen oder wie. Wir können ja mal ganz kurz zum Wasser gehen gucken. Auf jeden Fall die schwebenden Blöcke da oben müssen verschwinden. Die nerven. Achso, brauchst du Essen. Joa, ich find hier schon. Okay, hab was gefunden. Ich hätte dir jetzt genau die Bären zugeworfen. Den nehm ich sowieso gleich mit. So. Joa. Oh. Das trifft sich gut. Erstmal Reis. Standardverpflegung. Lassen wir uns hier, bauen wir's. Alles gut, ich hab was besseres. Ja, Reis ist ja hier einfach durchwegfressen. Ja, mein Liebling ist hier Kotten. Einfach nur, weil ich weiß, man braucht später in Mengen. Ich suche auch grad schon noch Kotten, weil ich brauchst zwei Strings. Ja, genau. Einfach nur für die Anfang. Da hab ich zehn Stück. Was? An Strings. Ach, du hast diese eine Pflanze abgebaut. Genau. Ähm. Die wollte ich. Die ging ja nach vorne. Ähm. 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 Fahnen heißt das. Irgendein Fahnen. Ähm. Flax ist das. Eigentlich siehst du da hinten schon, wo es ein bisschen ausgehoben ist. Aber ich glaub, das ist blöd mit dem Wasser genau daneben, oder? Das ist egal. Ist das Flax da? Äh, wenn ja, hab ich Glück. Die ist so ganz komisch, äh, lila. Genau, so lila. Was? Was hast du gefunden? Ich hab Standard, äh, ich hab äh, ein Cocktail gefunden. Oh, cool. Wir bleiben hier. Ja, aber... Also nicht da drin, aber... Nö, wir werden uns hier einbauen. Wortwörtlich einbauen. Äh, warte. Erstteam, Erstteam. Jaja, erste Folge regelt. Äh. Das muss ich ja jetzt trotzdem nochmal neu bauen. Nee, abbauen. Müsste reichen. Äh, warte. Egal. Soll ich mich hier machen? Ja, bitte. Ich bin da grad ein bisschen überfragt. Auf die Schnelle. Reicht das schon so? Bist du denn beim Team jetzt? Warte, ich guck gleich nach wegen der Einladung. Äh. Oder muss ich nochmal extra einladen? Members... Members... Nice... Invited. Soll... Gen... Äh... Äh... Ähm... Ja, gut. Da war ja was. Shit. Wie ging das denn? Also drück mal E und dann oben auf mein Team. Bin ich schon. Und dann auf... Und dann auf... Kann sein, dass du, wenn du schon selbst in deinem Team drin bist, dass es noch liefen musst. Nene, ich bin noch in keinem Team. Äh, du startest stark gemäßig in deinem eigenen Team. Ja, stimmt. Ja. Aber wie kennst du das? Exit-Team. Hast du auch ein Exit-Team bei dir, wenn du es drückst? Jo, jetzt. Muss ich dich jetzt nochmal neu einladen? Ich hab dir eine Einladung geschickt, dass ich rein kann. In dein Team. Member. Perfekt. Du bist jetzt bei mir laut, mir Member. Ähm, ich kann jetzt auch nichts mehr machen außer Exit-Team. Also müsste ich drin sein. Ähm, ups. Ah, du musst dir euch nochmal anleihen. Ähm. So. Bist du jetzt grün? Ja. Ja, gut, du bist drin. Warte, das sehen wir doch gleich, wenn ich jetzt auch Chunks claime. Ja, und die werden dann natürlich auch gleich geladen. So. Wir brauchen Flint. War hier in der Höhle was drin, ne? Ich muss erstmal meine Anfangs-Quest machen. Äh, in die würde ich nicht reingehen, da sind Skelette. Wo? Ähm, waren da welche? Ne, aber da ist Kies. Geh doch einfach den Strang gelang, da findest du safe Kies. Und hier ist nicht grad wenig Kies. Ich muss erstmal die Standort festmachen. Und dafür brauchst du ja Flint. Kriegst Zeit aus Kies. Hat wer was vom Paddel eigentlich gehört? Nö. Nö. Okay. Der wird sich schon melden. Ja. Was ich will, gefällt mir schon mal nicht. Hast du Mob-Probleme? Mhm. Also ich nicht. Ich auch nicht, also bei mir ist nicht ein Mob besser gespawnt. Hm, warum hab ich immer das Glück? Hey, da ist doch gar nichts. Ich bin schon wieder weggegangen. Also Darko, deine Paranoia manchmal. Ah doch, da hinten ist ein Zombie, ich seh ein paar Viecher, aber halt. 3, 2, 1. Schade, er geht woanders hin. Wenn du dann Clay brauchst, ach nicht Clay, hier Flint, ich mach dir was, oder ich lass dir was in der Dings drin. So, ich glaub jetzt hab ich wenigstens Claim genau, so. Och nee, da ist schon so ein hässliches Vieh. Lass mich in Ruhe. Oh, die machen dich ja langsam. Hast du ne Picke? Ja. Du müsstest für mich aber den Table abbauen. Äh, hast du Zugriff drauf? Ja. Dann bau dir doch eine. Flint ist doch drinnen. Soll ich nochmal eins bauen? Nein, du baust in dem Table jetzt die Flint Picke, dann baust du ihn ab und dann hast es doch. Also. Du kannst keinen großen Buchstaben machen als Teamnamen, was ist das gefunden? Oh Gott, dieses Vieh über mir nah. Ach ja stimmt, haha, die E-Box, da war ja was. Ja, ich hab schon die ersten 4 Eisen dafür. Und 1980s Uhr. Oh, das Vieh ist immer noch da. Ich kann deinen Grabstein nicht abbauen, oder? Nee, ich glaube, das geht nicht. Würde ich in dem Fall auch nicht machen, aber... Ist auch gut so, da ist ein ekliges Mob. Ich muss erstmal den Weg finden, äh, du scheiße, zu unserem Punkt. Ich kann Homepoint setzen. Danke, dass du mich drin in den Wettest hast. Hast du einen gesetzt? Den sehe ich nicht. Nee, mit Homepoint setzen, da kannst du durch, wenn du den setzt, wie bei Eldercraft mit Thresh Home, intippe hin. Nee, du kannst aber auch Waypoint setzen. Ja, aber das ist auch für dich selbst. Nee, ich brauche den, aber damit ich weiß, wo ich hin muss. Warum habe ich... Ich bin doch wieder am Spawn. Irgendwas stimmt dir sowieso nicht, Ike. Hast du die Welt schon mal verwendet? Nein. Ich habe hier nämlich, fällt mir gerade auf, einige Dev-Punkte auf der Karte. Mega Player. Da habe ich die auch nicht verwendet. Nee, aber... Nee, Ike, ich sehe auf der Map, wenn ich ein bisschen rüberrutsche, unsere alte Cotino-Map. Oh, wow. Mit dem blutüberströmten Zeug. Waypoints. We move, we move, we move, we move. Geil. Die manche Seite gehe auch halt meine Singleplayer-Belt. Oh, ich habe unseren Punkt gefunden. Nice. Waypoints, view, home. Sehr, perfekt. Wo kommst du? Ach, da kommst du. Oh, ich bin Wikinger. Ich töte dich. Warum hast du jetzt eigentlich den Skin? Weil ich den Star Wars Skin mittlerweile schon... Leck mich ja am Arsch seit 2017 habe. Das ist ein Star Wars Skin? Nein, mein altes Skin. Ach so, ja. What was that? Ähm, ein Creeper. Das klang mal sowas von komisch. Und ich habe hier zwei Skelette und ein Zocki. Die tanzen auf meinem Grab. Ich glaube, die Skelette spawnt noch beim Grab. Kann das sein? Ja. Oh wow, stirb doch mal bitte. Danke, auf Wiedersehen. Jedenfalls passiert das, wenn du es richtig einstellst. Es ist alles Standard eingestellt hier. Ich habe nichts umgestellt. Ja, ich weiß eben nicht, ob es eine Standard-Einstellung ist. Und es ist nur eine Prozent-Schock. Ja, ich habe hier gleich zwei ohne Bogen oder irgendwas in der Hand. Und nur noch zwei Herzen. Läuft. Aber das ist down. Was bist du eigentlich gestorben? Durch so ein hässliches Blaze. Ah. Die, äh, wahrscheinlich eine Blister oder so. Ja, das kann gut sein. Ich habe auf jeden Fall sehr, dass es wieder weiß, so. Ja, weiß nicht, mit Partikeln, wo. Weiß ich gläulich so in die Richtung? Ja. Fast eine Blister. Ja. Das sind die von Stranded 1, oder? Äh, ich weiß, dass sie es noch ganz schön hat. Es gibt halt noch die in so bräunlich-schwarz. Das sind Basals. Die geben Weakness-Effect. Was Launus? Ne, Weakness. Auf jeden Fall war ich bei der auch langsam, wo die mich das erste Mal getroffen hat. Noch einer? Was noch einer? Ein Creeper. Das ist jetzt mein fünfter. Darum war ich das. Haben wir hier einen Creeper-Spauler? Schön wär's. Oh, da war ein Creeper-Spauler. Ist ja auch nicht in der Base. Ich bin ein bisschen weiter weg. Äh, du bist echt weit weg. Und noch ein Creeper. Okay, das war doch nicht weit weg. Okay, das war doch nicht weit weg. Das habe ich gehört. Schau doch einfach oben auf die Mäbze. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Das war ja. mich ja für alle die es nicht machen möchten um die bienen kümmern wenn ihr bienhives seht entweder nicht abbauen oder nur mit einem scoop kommt auch an die pams dinger kannst du ruhig abbauen und die anderen kannst du so einfach nicht abbauen da brauchst du erst ein tool dazu du kannst sie aber auch so abbauen dann kriegst du nur eine heidenmenge schaden und es droppt nichts ja und das dauert ewigkeiten wenn ihr die unteren welche findet die auf jeden fall die lasse ich stehen weil die geben nicht ich habe in meiner singleplayer welt habe ich einen redstone gefunden so gesehen ich habe irgendwie knappen stack redstone blöcke drumherum passiert habe ich auch schon mal gesehen ist aber recht selten dasselbe ist das war direkt unter meinem haus ja aber es ist selten dass es auftaucht das ist und dann wo es dann war ist ja scheißegal keine sticks mehr das dauert noch vier enderbeeren und million barren das dauert noch vier enderbeeren und million barren ich habe schon teuer das teuerste war in safety mit abstand was hatten hast du davon rezept neun mal neun rezept welche bestandteile keine ahnung ich weiß dass ich mal ein rezept hatte wo ich für einen ein netherstar zwei mann blöcke zwei kurbel blöcke und zwei aber braucht und ich glaube noch irgendwie zwei blöcke von irgendeiner sorte ich habe ein bisschen weg zurücklautschen ich habe nämlich keine eins der ersten sachen die ich mir die ich mir geholt habe war eine schaufel haus stein habe ich schon schon ein bisschen licht machen hier rein damit das geht nicht schade geht gleich weiter daco ich wollte gerade sagen ich schmeiße es einfach mal alles rein eine dumme frage geht das hier ich weiß dass es in einigen montags die dinger des abelt waren auch geil sie haben freindrohrer nicht deshalb hast du jetzt das ganze fleisch daraus genommen daco soja entschuldigung brauchst du nur die hälfte geben ich habe noch genug kannst gerne haben was kann ich dir nicht werfen das doch wir müssen auf jeden fall holz formen ich habe hier ja noch einiges das ist ein bisschen was ich von kraften zuhören Okay. Ich müsste mal die Tür setzen. Und ich mache es noch schnell. Ey, nicht wegschmeißen, aufheben. Kannst du mir mal kurz das Eisen, was du schon hast zu werfen? Bringt noch nichts, du brauchst erst eine Gearbox. Dafür bin ich, die wollte ich gerade machen, dauernd. Das, das, das... Ich habe echt schon so viel Eisen. Eisen ist echt nicht das Problem, muss einfach in eine Höhle gehen. Ich lebe in einer Höhle und finde kein Eisen. Eher gut. Ich weiß jetzt schon, ich werde mir wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, bei euch das Gold für diese scheiß Glock besorgen müssen. So wie ich mein Glück kann in einer Singapore-A-Welt. Ach du Scheiße, ich muss erst mal Holz farmen. Äh, Dito, ich muss auch noch 16 Holzloks farmen. Äh, war das nicht die Start-Quest? Die habe ich noch nicht. Ich dachte, also, ich dachte, das wäre eine Bedingung, dass man die macht, bevor man was anderes machen kann. Nein. Ich musste in der ersten Folge irgendwie versuchen zu überleben. Vor was? Ich habe hier noch nicht wirklich... Ich war... Es war nachts. Die kommt ja sowieso in zwei Tagen. Die Nacht oder welche Nacht? Ja, die Nacht. Die Nacht der Nächte. Platten. Nein, das ist hier zum Glück nicht drauf. Schade. Könnte ich im Nachhinein noch draufziehen. Nein. Einmal eine Motte hinzufügen. Die Platten-Motte ist nicht so schlimm. Ach, 16 wollen die haben. Ich habe eine 12. Oh. Monster Hunter. Oh nein. Nein. Ich hasse mein Leben. Fick dich, Zombie. Fick dich, Baby Zombie. Auf dem Huhn, um genau zu sein. Ah, gut. Wenigstens eine Sache ist nicht drin. Der Straf-Counter. Der Straf-Counter. Äh... Ne. Was? Müsste eigentlich drin sein. Also mein Tod wird auch nicht angezeigt. Doch. In der Tafel oben auf das Schild den Leaderboard, da kannst du... Hast du gerade auch eine Quest erfüllt bekommen? Ja. War perfekt. Das funktioniert. War das mit dem Holz bei mir gerade. Achso. Ne. Schaust du mal, ob das mit der Gearbox fertig ist? Also das da runter, Eva, Ulius? Ne. Muss ich halt wieder abbauen. Ne. Da gab es was besseres für. Hier. Da gab es irgendein Tool für. Wie man das verhindern konnte. Hm. Hier. Ihr müsst im Questbuch auch ne Party anlegen. Ach. Danke. Das war's. New Party. Ähm. Wie schön. So. Warte mal, ich muss das eh ne Ding setzen und das Upgrade mal rausholen. Ja. Okay. Äh. Ähm. 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 Schau mal, was ich bekommen hab. Hab ich auch da oben reingeschmissen. Kann ich daraus auch einfach Zeich draften? Ähm. 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 Ähm.